So, hier haben wir einen Special Hoodie von Cleptomanics, auch sehr beliebt bei den Jungs von St. Pauli im schwarzen Block. Wenn man nämlich diese Kapuze aufsetzt und an diesem Banner hochzieht, ist man komplett vermummt und keiner erkennt einen mehr, vorausgesetzt man hat noch die Sonnenbrille. Dieser Hoodie ist ziemlich schlicht, aber er hat sehr viele Specials. Zum Beispiel haben wir hier eine kleine Möbenapplikation auf der rechten Seite. Dann vorne die Fronttasche mit Special. Wenn ihr euren iPod dabei habt, haben wir hier ein kleines Durchlaufloch für die Kopfhörerkabel. Fresh.